...genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir? Dann finde heraus, was das Vieh hier will. Vielleicht gibt es etwas, was wir als Köder benutzen können. Als Köder? So, und als drittes brauche ich einen Kraftspeicher. Meine eigene Astralenergie wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ausreichen? Für was? Wir müssen gut ausgerüstet sein, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen. Soll ich das etwa alles alleine machen? Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll, aber wenn... Du brauchst...